So, nochmal. So, nochmal. Mal gucken, ob ich die hinteren Berge raufkriege nochmal. Das sieht alpenmäßig aus schon. So, nochmal ein Abschied jetzt. Man könnte auch nehmen, man ist von Bayern. Dann nochmal der Böllchen. Ja, das Tal weiß ich jetzt nicht. Dann müsste ich jetzt überlegen. Okay. 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 So, jetzt müsste ich aber doch runter. Jetzt ist 17 Uhr. Ich muss Galopp machen. Da sind so ein paar Himmelsstürmer. Die üben mit dem Schneeflug. Jetzt wo die Sonne untergeht, wird es am schönsten. Jetzt ist wieder der Seepuck mit seinem Denkmal. Jetzt ist er wahrscheinlich bläfisch. So, jetzt kommt man total, total schön bläfisch. Die Alpen kommen nicht richtig raus. Mir reicht das jetzt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Da ist auch noch mal eine Ski-Piste, das ist die Rückseite vom Herz-Zone, ja die geht ziemlich tief runter. Ich wollte ja die Schlucht nehmen. So, noch mal einen Rückblick. 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 So. So, noch mal. So. 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 Und die Bahnstation, die hat Feierabend. Und ab geht's. Das ist nochmal der Tal, der Albtal, wenn man noch nicht ganz unterblicken kann. Und ab geht's.